Tschau, schönen Tag! Ich habe es auch gerade eben gemerkt! Ah, Hasenfahrt hast du gesagt, ne? Oh, das wird jetzt eng mit der Kamera Feucht, ah, Pedal So, Moment! Hier hoch, Stefan? Ah, Hasen, Kamera, ich glaube die habe ich schon nass gekriegt, Eva Wenn man jetzt da voll ist, dann haben wir eben gezwungen So, und jetzt geht's abwärts Ich glaube ich habe mal die Kamera verstellt Und jetzt geht's Hier ein bisschen Gross Schiff 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 da ist mein erster sturz an dem scheiß baum oder was an dem hier weiß es nicht mehr da wären wir jetzt rausgekommen also da wären wir jetzt rausgekommen das wäre jetzt der ewige trail rausgekommen der pfad und dann doof dem stück hatte ich mein erster sturz mit dem mountainbike mein allererster sturz da muss ich mir eine neue pfad das ist geil oh alter scheiß zu ihm rücke ich habe eben nichts mehr gesehen weil alles so hell war das war ja viel zu hell ich war voll weggeblendet von der reflektion ich hab Angst damit die Kamera hängen bleibt das war ja der hier der ist manchmal rutschig wenn es feucht ist eigentlich wolltest du heute ein bisschen ruhiger gehen lassen ich hab gerade gesagt, eigentlich muss ich heute ein bisschen ruhiger gehen lassen das ist doch der Trailer ist geil manche besser, dein Herzschlag ist so hoch 170er Herz das ist geil ah jo nur ohne schon ist er halt ein bisschen kacke da kommt doch einer hinterher ok, nicht aufgesetzt ich hab gedacht, da setze ich wieder auf aber es hat doch gepasst ja der ist schon geil aber wie gesagt, wenn du keine Schone aufhörst ich wollte heute eigentlich eher langsamer auch geht los ja aber das händeln sich an, das fahre ich auch nur mal mit sicherheit mit sicherheit ein bisschen Blut am Knie ne, das ist nur Schürfund, was ich hab aber die werden gerade warm ja, wird gerade warm du hast dich auch mal mit dem hingelegt das ist das erste mal unter einem, oder? ja, ich glaub's damit es das erste mal war zum Beispiel, ich kann mich jetzt nicht sehen damit ich mich schon mal hingeschmissen habe mit dem Rad also, wie ich es nicht gesagt hätte ich will mich ohne schoner nicht so schnell runter und dann beim langsam fahren legst du dich aufs Maul super, Ingo ne, da war scheinbar wirklich nur der Lenker wo sich verbogen hat, wo eben so gekracht wurde Akku ist aus machen wir mal an Bremse bremsen Zadelstütz geht nur oh, wenn ich rückwärts tritt, geht mein Kett nicht aber hey, das ist normal gut weiter geht's ja, das ist die hässlichste Stelle überhaupt das ist die hässlichste Stelle hier das ist die hässlichste Stelle hier das ist die hässlichste Stelle das ist die hässlichste Stelle das ist die hässlichste Stelle es ist die hässlichste Stelle es ist die hässlichste Stelle das ist die hässlichste Stelle aber ich traue dem lenker gerade irgendwie nicht wissen ob meine scheibe ist heiß ah auch 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 fahr wie du denkst fahr wie du denkst es ist egal alle wege führen an den bahnhof ach wie schön mein knie doch kribbelt lalalala der hat die dornen die sau ja da unten jetzt dann rechts glaubst du ich habe jetzt so gratis vertrauen in das rad verloren durch den scheiss wegrutscher es ist halt nur weggerutscht das war jetzt nichts schlimmes du hast die kontrolle verloren ne mir ist das fahrrad weg und dann hat es irgendwie eingeschlagen das war ich vermute einfach der untergrund da waren nur so kleine stecher und ich habe den falsch eingeschätzt also rein falsches verhalten von mir falsch eingeschätzt zu viel gebremst und nicht richtig kalt guten tag aber so viel zu dem thema ja ich auch mit den leuten oben gehabt ne ja und schon gestürzt ja 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 klar auch schon gestürzt also hier wie ja 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 unten angekommen nicht verletzungsfrei aber unten angekommen mein lichter kettos gegen mal lichter kette guter macht die lichter kett aus